Musik 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 Das muss überhaupt keine Picks gemacht werden, so viel sie passen. Ist eigentlich doch der Wodafone wichtig von mir. ich habe vergessen charakter auszuwählen jetzt auch glaube ich gar nicht ich habe ich hab zwar ich habe die charakter ausgewählt also ich habe es wie gesagt haben hier ausgestimmt aber nur kurze anmerkung wie also marcus ist komme ich im rennen rausgeflogen wir haben unsere autos gerade dann in der zeit selber stellt modifiziert ja genau und deswegen für wen jetzt mit dem goldenen auto und ich habe wieder vergessen meinen charakter auszuwählen war nicht ich war wo auch eine rakete zu beuhen so dass ich von der schwecke runterfahren ich bin mit einem elfter ich komme ich bin mit dem Telefonnummer 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 Alter diese Dinger an der Haufen das ist unfassbar ich bin mit dem Telefonnummer ja ich fahre jetzt einfach eine Linie runter damit er nicht um mich rein quescht das haben die bei mir auch mal gemacht ich bin jetzt hier auch nur 7.000 haben doch kein ding bekommen also jetzt ist gerade wie der Auftrag ist abzuwürdig mainz muss ich sagen seit neuestem kriege ich aber jetzt auch immer dreifach sachen das ist nicht mehr einzeln sondern z.b. dreimal Würfel und dreimal Rakete freigeschaltet wahrscheinlich mit den Credits da hast du ja ist ok ähm ne ich bin überhaupt nicht klargekommen 12. ja das glaube ich für die Credits hast du auch was freigeschaltet bekommen äh dass du die Chance auf dreifach sachen hast wow hätte ich nicht gedacht dass ich da so abkacke aber ich bin hier auch in der letzten Kurve da auf dieses komische Eis gekommen dass ich da immer wieder gebremst wurde naja passiert auch und die sind die 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 Okay. Ich bin bereit. Na dann. Schauen wir mal, dass das ein bisschen besser hinbekommt. Ich bin bereit. Ach du Scheiße. Ja. Oh, was hat denn da die Föder Aktion hier gerade? Nein! Nein! Ich habe ein bisschen Müll. Rackete! 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 Lose! 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 vergiss ich hab dir fast gedacht dass sowas kommt wieder zurück ich will nur sie Das ist ein Müller, das du mit dir auch so. Ja! Real Nummer 3! Bingo-Party. Ist das jetzt das mit dem Kreisverkehr? Ja, das müsste das sein, ne? Na, denk dran, nicht wieder Erdrunden drehen hier. Allbeste Dinger sind halt im Kreis, ne? Aber ich glaube, da kann man echt gut die 1-2-4 kriegen, die eine Minute driften da. Diesen Kreisverkehr da. Okay. Ich habe einige Trophäen schon bekommen jetzt hier für das Spiel. Na dann. Ja. 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 Warum wurde ich jetzt so gebremst? Ja, weil er mir was gezündet hat. Ja. Ja, das ist die Strecke, die ihr meint. Die wir eben hatten. Aber die sind auch schon gefahren hier. Ja. 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 Na. ich habe ich gefühlt alle gerade ich war zwischen jemand bei erster da wurde mich ein zweimal abgebremst und jetzt bin ich wieder zehnter der erste hat so viel abstand davor ich habe es noch gewonnen neunter geworden aber ich kam nicht achte auch noch ein kassierig fertig gemacht da hinten ja aber gnadenlos hatte bisher kaum rausgekommen ich war die ganze durch neun jahr war viel mit tobo am arsch gab ja ich bin auch immer turbo gezündeten hintereinander einmal um mir was mitbekommen dann sind wieder fünfmal damit vorbeigeflogen ich war ganz vorne war überhaupt nichts zu tun was interessiert mich schon etwas so sind ja noch ein bisschen vorne wie viel aber also 20 27 punkte sind nur noch zwei ränder 311 drin war es ja das erste renner ich war kagt jetzt schon wieder wir brauchen jetzt mindestens 17 punkte dann ist es egal was der gegner macht bei 37 zu holen 21 aber vorsprung markensfried ok gleich mal ein bisschen zu oft anfangen hier du bist einleitig im falschen tue turbo was war das denn ich wieder jetzt weiß nicht aber ich habe mitbekommen kurz vor deswegen auch das ich wollte gerade den übergang da war und dann hat es mir kurz um einen mitgenommen gegeben ja aber damit bekommen wir damit dann ist das echt cool ich finde doch gerne zum beispiel dass du links der anzeige hat wie ich momentan mit den teams aussieht damit ungefähr weiß doch immer zu leben oder an der schrägmann sind so wasserdünger musste aufpassen ja ich habe es gerade gemerkt ja 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 ich habe ja nicht gemacht ich habe mich auch mitbekommen ich bin ich doch ich habe mich auch gedreht scheiße wird zu spät realisiert dass du weg war es war ich doch in der reihe ich war nämlich erst da musste man abkürzungen muss aber nach kurzen gefunden haben ja ich auch aber ich habe das spiel gesehen dass du darum bist du mich weiter mir vorbei irgendwo hin das war ich wollte ja auch zünden na ja habe gewonnen das team das ist das wichtigste noch kommt die fünf und dann sind eigentlich müssen wir dann durch seine so da gehe ich jetzt aber auch schon mal gleich aufs klöchchen das war dann gleich in den letzten kompris starten für diese serie und dann gibt es aber den online lobbies und dann mal wie gesagt was finden 24 punkte haben wir gelöst so manche karre wählen genau diesmal nicht vergessen die karre auszuwählen ich bin sofort wieder da die modifizierte karre